Das Spiel hört man gar nicht. Warum nicht? Ach! Jedes Mal neu einstellen! Boah, ist das laut! Jetzt sollte man was hören. Echt da mild. Ah, siehst du? Ah, war hart, aber nicht. Noch mal anpassen. Oh nein, was ist denn heute los hier? Oh nein. Ja. Der ist egal. Der Trailer ist schon mal cool. Ach, ach so. Ich sag sogar, was du nicht los. Ich hör ihn nicht mehr. Oha. Ähm, machst du ein Spiel auf? Ja, kann ich machen. Kann ich mache. Kann ich machen, sagt er. Kein Signal. Ach so, ich sollte mich ja online stellen, ne? Hahaha. Kuckuck. Da sind wir wieder. Wah. Wah. Ja. Ja. Herzlich willkommen zu Icarus. Das zweite Beta-Wochenende mit Storms. Ich hab's grad schon im Stream gesagt, äh, grad schon bei der Anmoderation gesagt vom Stream, äh, wie gesagt, das erste Wochenende haben wir so ein bisschen verpasst, beziehungsweise da am Anfang des Wochenends hab ich noch gar nichts von dem Spiel gewusst. Ich hab da, ich hab da, ich hab damals nur irgendwie, da hieß es glaub ich noch Projekt Icarus. Ja. Da hab ich was von gehört und hab das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das Spiel, äh, ganz ehrlich. Und dann, wo du mir geschrieben hast, ich so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Guck mir das, guck mir das nochmal genauer an. Ja, das war doch Projekt Icarus. Und dann, ja, haben wir uns dann ja alle gleich geholt, ne? Ja, klar, logisch. Ja, wir haben dann auch, ähm, offscreen ein bisschen, bisschen mal angetestet, aber keinen Stream draus gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt auf jeden Fall beim zweiten Wochenende machen wir gleich einen Stream draus. Heiß, heiß, wir sind ganz heiß. Heiß, aber sowas von. Ich würd sagen, wir starten gleich los. Ich drück auf Play. Und wir müssen einen Charakter erstellen. So, Name. Da hab ich ja schon alles. Hast du schon gemacht? Hab ich gestern schon gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Weiherspielen kann. Wiss ich nicht. So. Komm mal hier. So, mach mal schwarz-weiß. Sieht gut aus. So, Voice. Oh, ich bin der Herr Neuerung im Fassel. Ich bin der Herr Bützerei. Wahrscheinlich muss ich neun machen, wa? Ah, ich mach mal eben neun. So, dann müssen wir das auch mal eigentlich gehen. Soll ich einen Mann mit einer weiblichen Stimme nehmen? Hahaha. Ist da etwa was schief gegangen? Naja. Haben die da irgendwie so versteckt? Nein. Die gucken alle so komisch. Gucken alle so schlecht gelaunt. Ja. Ja. Weil sie auf so einem Planeten gelandet sind. Allein. Da haben wir ja so einen schönen Drei-Tage-Bad-Tattoo. Haben die da schön. Nee, den will ich nicht. Ach, du meinst du. Alter, schau dir aus, ey. Guck doch nicht weg. Ey, ey, ey. Lassen wir lieber mal ohne. Das gefällt mir ja überhaupt nicht so. Augenfarbe. Nehmen wir so ein bisschen. Facial Hair. Ja. Ich hab so ein bisschen zwischen den beiden hier. Grün und blau. Ach, es gibt nur Drei-Tage-Bad oder Kaka im Bad? Das ist ja auch blöd. Ja. 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 Loro. Ach, das Loro war das. Ey, die Tattoos sehen ja ein bisschen komisch aus. Hab ich doch gesagt. Ja. Ich nehm schwarze Augen. Alter. Oder rote. Ich nehm rote Augen. Alter, kommst du vom Planeten Pio Pio oder was? Ja. I-I-Beams. So. Clothing. Ja. Wie kannst du denn jetzt beitreten? Ich weiß ja nicht, ich hab noch nicht gestartet. Dauert wahrscheinlich noch. Bin ich nicht hübsch? Ja, ich bin hübsch. Ja, du bist nicht hübsch. Was? 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 So, kann man lassen, oder? Guckt ihr einen auch mal an, oder? Ne, irgendwie nicht. Ja. Guckst du so. So. Den nehmen wir. Ist gekauft. Oha. Mit natürlichem Fennarbe. Natürlich. Was ist dann hinter dir? Schneidmischlegerei. Ja. Ja. So. Wir sind wieder Level 0. Wir können hier nichts anklicken. Es ist nichts frei. Charakter Selection. Customize Talents. Ah. So. Play the game. Refresh. Server Browser. Server Browser, genau. Begin Hosting. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Genau. Being Hosting. Aber wir können es ja jetzt suchen. Claim Prospect. Claim. Mh. 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 So. Mh. 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 Ja, der quatscht mich ja hier drei Stunden voll und lädt, das dauert ja ewig, du musst ja einen freien Server kriegen, das ist ja die, die haben ja nur eine gewisse Anzahl an Server, wenn du pack hast, kommst du gar nicht rein, weil der dieser Stuhl quietscht, ey. So, Kanalpunkte einlösen, danke. Was? Was? Irgendwann, irgendwann habe ich großen Mutti. Ja. Doch nicht mehr lange. Ja. Dann grüße ich deine Mutti. Was ist denn das hier? Warte. Preparant Geometry. Please wait. Please hold the line. Bitte halten Sie die Leine. Welche denn? Ich habe noch keine. Das ist noch nicht so weit. Dann wird es aber Zeit. Dann wird es aber Zeit. Dann ist das Spiel sehr leise bei mir auch. Kann das sein? Weiß ich nicht. Hört mal an. Oh, das geht auch mal. Oh, es tut sich was, es tut sich was. Bin gelandet. Oh Gott, ich schütze ab. Aber ganz schön kleine Kapseln eigentlich, ne? Also mit Platzangst darfst du da nicht rein, ey. Viel Beishalten. Yay. Geh so. Geh so. Aber das Spiel läuft leider ein bisschen im, nicht sehr rund, sag ich mal. Ja, ein bisschen, ne? Da kommt, ach du kommst da, ich seh dich. Was? Ich seh dich. Kassler. Das ist ja geil. Hallo, ich bin gleich unten. Du brennst gerade ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Ah, ich hab einen heißen Arsch. Ah, ich bin weg. Ja. Wo ist bitte der nächste Bär? Kann er mich bitte essen? So, erstmal krabbeln wir hier alles weg. Hier wird fleißig gegrabbelt. Hallo, ich bin da. Wer noch? Ja. Ja, mach ich. Ja. Kann man hier irgendwie entschieben werden? Hilfe, da ist jemand. Da ist jemand, Hilfe. Muss sein. Hab Angst. Ich will entschieben werden. Schon wieder. Ja. Du notgeiles, du notgeiles Ding. Ja, notgeiles Ding. Ich weiß nicht, kann man da irgendwie entziehen werden? Ich weiß es auch nicht. Da stehst du zwar Haus. Ich hab keine Zeit nachzupfen, das musst du machen. Return to character select. Ich muss nur looten, bevor du wieder anfängst. Nee, da steht irgendwie nix. Steht nur... Nee. Ich muss looten, bevor du wieder anfängst. Was soll die Geschichte schon wieder? Ich glaub, die Welt ist groß genug. Ja, wer weiß. Wir haben auch nur... Wie war das? 20 Tage Zeit, ne? 20 Stunden. Nee, 20 Tage. 20... 20 Stunden? 20 Ingame-Tage. Das mein ich ja. Das ist ein Reh. Okay. Ja, gut, 20 Ingame-Tage, die dauern ja ewig. Ich glaub, ein Tag dauert... Ja. ...ne halbe Stunde oder so. Oder eine Stunde. Also, ich hab so meine Axt und eine Spisshacke. Ja. Ich hab noch gar nix. Ich muss erst mal wieder reinkommen hier in die ganze Geschichte. Ich felsche mal den ersten Baum Oxygen So, Crafting Baumfell Hallo Was denn? Der eine Baum will nicht fallen, weil er den anderen lehnt Ja, das ist so Ich würde mir erst mal hier ein bisschen Oxygen, weil wir brauchen Wir sind ja hier auf einem fremden Planeten Und jedes Lebewesen Auf diesem Planeten kann ganz normal Sauerstoff Atmen, außer wir Wir sind die einzigen Trottel Wir müssen hier diese Wie ich gerade schon hatte, diese Oxidsteine sammeln Und die uns dann in unseren Helm reinknallen Und dann findet er irgendwie den Sauerstoff daraus Das sind diese blauen, die ich eben aufgestellt habe Genau, richtig Nachher kann man sich auch so einen Geldbaum Was man Oxygen die ganze Zeit herstellt Ja, das habe ich auch gesehen Brauchst du nur noch ran gehen und dann Einmal aufladen, bitte Das habe ich bei der Ersten Wochenende noch nicht geschafft So weit war ich da noch nicht Aber wichtig ist glaube ich Schnellstmöglich erstmal eine Base zu bauen Ja, weil hier kommen ja Stürme Genau, hier kommen ja Stürme Beim ersten Ding kamen ja auch Stürme Aber die waren noch relativ Oh Mann Also ich sammle schon mal ein bisschen Holz Fürs Lagerfeuer und so Ja, ich auch Also hier kannst du relativ viel grabbeln Du siehst aber auch, dass du nur eine gewisse Anzahl an Gewicht hast Hier 100 Kilo kannst du tragen Äh, da habe ich noch nie beachtet Wo fährt das überhaupt Wenn du ins Inventar gehst, steht das unten Unter den Inventarplätzen Äh, Inventar So, nehmen wir gleich noch ein bisschen Stein mit Ja, du kannst also massig Kannst du schon mitnehmen, das geht schon Ja Bloß wenn du jetzt dann Steine sammelst Dann wird es halt ein wenig Also von Krasen, der Fincher spielst du mal sehr gut Ja, das stimmt Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht Und irgendwie, das ist doch heute besser wie gestern Ich spiele eigentlich nur auf Full HD Achso, oh, da ist ein Wolf Hallo Scheiße Scheiße Ja, das sind die ersten, die ich immer getötet habe Weil da kannst du am besten die Leder fahren Ja, aber wie soll ich denn die töten? Ich habe ja nichts Ich bin Speer Wie gesagt, ich habe ja nichts Ach Mensch, Junge Komm Messer, Speer Oh, Alter, bin ich jetzt erschrocken Lagerfeuer Äh, Tech Tree Ich erhöhe mal eben Speer, Messer Das hier Verbände Das blaue Stein Aufheben Robust So, wo bist du denn überhaupt? Lass uns mal ein bisschen zusammenbleiben Ja Nein Ich bin halt bei seiner Kapsel Crafting Zack Zack So, verbinden Nein, das ist doch einer Wo sind meine Kapsel hier? Lass nach, Onkel Lass nach Hallo Warum? Oh, da mal auf Oh, Alter Sorry Ich wusste nicht Ich wusste nicht Lass uns sehen Hat er Alter, hat er mir nicht angehen Alter Komm du mir nach Hause Das tut mir leid Ich wusste nicht, dass er Der dabei heißt PVE Ja, deswegen PVE So, kann man jetzt eine Map? Kann man immer noch nicht MAP? MAP, glaube ich nicht Doch, beim letzten Wochenende gab es eine Map Ich will an den See Der See war schön Ja? Ist das die gleiche Mal wieder? Nee, ne? Doch Äh, doch, ich meine ja Äh, wo bist du denn? Äh, einfach ab hier Hier oben bin ich Bin im Berg hochgelaufen Lass uns mal zusammenbleiben Und dann Ja, dann komm Ab zum See Weil da sind die Seegurken Seegurken? Ja, für sauer Äh, für Wasser Für Wasser Für einen Wolf Töten Sag mal, wie läuft es eigentlich? Segen ist heiß, Segen ist heiß Ja Ist besoffen Das ist heiß, ich trinkst halt auch wohl mehr Ja Deswegen ja Deswegen laufe ich ja so verwirrt Haben wir ein Problem mit dem Eichholzene Nur ohne Nur ohne, ja, richtig Stamina Ich weiß übrigens nicht, wo ich hinlaufe Weil die Map nicht erwähnebel ist Oh, oh Oh Hallo Hier Jetzt reise Aufheben Ab hier, ja Ist ja gut Mais gibt es auch, glaube ich Getreide und Mais Und Beeren kannst du sammeln Äh Ja, Beeren kann ich sammeln Aber Mais wusste ich noch nicht Mais habe ich letztes Mal gefunden Okay Ja Mais habe ich das letzte Mal gefunden Äh Das Eck Oh Kann ja nicht in deinem Heimgucken Ja Ist schon Absicht Das ist Absicht so Die wahre Schönheit muss verborgen werden Richtig Oh, da ist ein Bär Da hinten ist ein Bär gleich links Ja, ne Denk lass mal in die Bahnruhe Der hat mich gestern getötet Vor allem das Das Blöde finde ich, dass du Dein Inventar komplett verlierst Ja Du verlierst alles, was du hattest Aber ist ja eigentlich realistisch, ne Weil du spielst ja eigentlich einen anderen Charakter dann Achso Also du spielst so die gleichen, aber Ja, ich weiß, was du meinst Du spielst einen Klon von dir selber Achso Ein Klon Du Klon Ja, weil Warum wusste ich es nur? Ich habe nur drauf gewaselt, ey Was? Dass du sowas sagst Ich? Ja Niemals Du Klon Du Klon Du Vogel Du Vore Du Vore Ne, ist aber eine andere Map, oder? Wollt ihr nicht Oh, hier sind überall blaue Scheine, Junge Aufheben Irgendwie eine andere Map Ich will einen See, ich will einen See Oder ein Wasser, ey Einfach nur was Kleines Oder einen kleinen Bach, oder so Also haben wir den Abbaum Finde ich auch Scheine gemacht Ja Das stimmt Ja Also es ist vielversprechend Und ich finde für eine Beta Ist es eigentlich schon nicht schlecht, ne Ja Wenn du da manche andere Betas anschaust Wo dir allein schon die Grafik Eine Frechheit ist Äh, wie ist das eigentlich Ähm Kommt das dann als Full Release schon raus Oder als Early Access erstmal Boah Das weiß ich nicht Aber ich denke mal Dass es trotzdem wahrscheinlich nochmals Early Access rauskommen wird, oder? Ich weiß Aber ich kann es dir nicht wirklich sagen Boah Das nächste ist auch blaue Was ich Oh, Pusche Das ist noch mehr blaue Stein So Dann gucken wir mal Wir müssen doch irgendwo ein kleines Wässersche geben Ein kleines Wässersche Hast du schon Oxidsteine in deinen Helm gepackt? Natürlich Äh, ich noch nicht Äh, Inventory Wie viel kann man da reinpacken? Ich glaube 50 maximal Da vorne ist ein Rie Eine Stunny mal Aber gibt es hier kein Wasser? Und warum kann ich keine Map aufmachen? M? Doch, ich habe eine Map Aber man sieht ja nichts aus Ja genau Bei mir steht Area Data Unavailable Ja genau Bei mir auch Ja So, ich habe wieder Punkte Ich habe wieder Punkte Was lerne ich als nächstes? Äh, ich mache mal den Bogen Hast du Lagerfeuer gemacht? Lagerfeuer habe ich schon gemacht Gut, dann mache ich das nicht Dann mache ich auch Mache ich diesen Oxidizer Ja, dann mache ich Äh, Small Wooden Grade Genau Ähm, Stone Ne, was Wooden Pile Ist das wichtig? Ja, ne Ja, ich glaube Da kannst du es mit mehr stacken, oder? Stack and store wood Ja genau Da kannst du Wood machen Dann mache ich schon mal die Äh Dann mache ich Stone Pile Ich mache Bett noch Und Ossi, den machst du ja Aber ja gut Manche Sachen bauen aufeinander auf Ja Ja, müssen wir mal gucken Bandagen Ich mache noch Bandagen Ah, das habe ich schon Oh, oh Nice Ja, aber ist ja wurscht Können wir ja beide machen Ich meine Bandagen sind ja wichtig Äh, Ausdauer Wollte ich machen Ausdauer Bandagen sind ja wichtig Wo ist denn hier Ausdauer noch? Irgendwo war Ausdauer Was ist mein Speed? Hä? Weiß nicht irgendwo Ausdauer Sag ich mal, da Ja, man kann einfach alles mit Kannst du mir auch einen Bogen machen? Kann ich Aber ich kann auch keine Pfeile machen Was auch Ne, dann brauchst du mir auch keinen Bogen machen Ja, auch einen Bogen habe ich dir jetzt gemacht Komm her Wo denn? Äh, hä? Was war eben Hä? Was war eben mal hier? Wo bist du jetzt? Ach so Ja, wo ist denn jetzt hin? Ich stehe vor dir Ne, wo der Bogen jetzt hin ist Ich habe ihn einfach rausgeschmissen Ähm Ähm Da, hier Irgendwo Da, ich habe ihn Danke Okay Oh, ich finde das läuft sogar noch besser wie gestern Ja? Ja gut, vielleicht waren gestern die Server zu arg überlastet Da ist Level 23 Wolf Haha Nein, der ist zu schwer Ja Ich bin weg Habt der? Hat er uns gesehen? Nein Ich glaube, hier dürfen wir eigentlich sein, weißt du? Ich glaube auch Ähm Hier musst du irgendwo ein Schlückchen Wasser geben Hier ist Wasser Hier Hier Wo ist denn hier? Hier bei dir Hahaha Ja, genau Bist du wieder hochgelaufen? Ich bin so schräg links gelaufen Links, okay Ja, genau die Richtung Zwischen die zwei Berge durch Äh Zwischen die zwei Berge Also ich bin, wenn du auf die Karte schaust Bei J14 mittig Auf dem Viereck J14 mittig? Ja Ähm Dann müsste ich halt da so hinlaufen Was machen jetzt? Wasser ist zu kalt oder was? Oder schön, dann Wolf Hau ab Äh Äh? Ah, ich sehe es Ja 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 Also, ich sehe, da hinten läuft du auch noch Dann, da So, ich mache mir mal die Bäume weg Wasser lostreten kann man ja nicht, ne? Doch, doch, du kannst dann an den See gehen und F lange drücken Genau Mit Guide Du kannst auch so, du kannst auch so Seegorpen für unterwegs sammeln Echt? Ja Die habe ich noch nicht gesehen Also, ich weiß nicht, ob das Seegorpen sind, also komisches Schreck auslassen Hallo Bauen wir hier bauen ja, ne? Ja Ich hole es hier alles weg Ich mache mal im Schwerste, dann kann ich schon das Holzdinger bauen Baust ein Bett, ja, nachher auch, ne? Ja, braucht man dann hoch, was denn jetzt? Ich fliege einfach alles weg hier Ich kann nicht den Baum Oh, Weather incoming, na toll Nein, ja, ich, oh, ich baue doch jetzt halt die Dinger hier Das ist ein Baum Storm incoming Ich kann doch gar nichts bauen Ich baue Klassenbaum Was machen wir jetzt? Klärfen wir jetzt? Weiß ich nicht, ob der erste schon so schlimm ist Ach, scheiße, lass mir das Thron Ach, hab ich hier einen Thronen gebaut Ja, die brauchen wir auch Aber die Thronen bleiben ja stehen Aber die gehen beim Wetter kaputt Ne, rauf Rein theoretisch, ich schmeiß da mal alles rein Du kannst ja deine Thronen hinstellen Ja Weil das Zeug bleibt ja, wenn du stirbst Hoffentlich bleibt eine Heide Alter No shelter Boah, die kriegen aber ganz schön Schaden, ne? 80, 60 Boah, ne, das Zeug muss wieder raus Alter Was machen wir jetzt? Ja Weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung Aber normal Ja, normal kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt schon stirbt Boah, 20, die Truhe ist schon kaputt Ja, krass Oh, hier Die sind schon alle Ne, die sind nicht Die kriegen keinen Schaden Weil der Bord hier im Weg ist Achso Aha Aber beim ersten Spiel war ja auch Beim ersten Wochenende war ja auch Sturm Und da war der erste Sturm aber nicht so schlimm Okay Okay, vielleicht ist er jetzt Wer weiß Dadurch, dass es Das Sturmwochenende ist Der Sturm schlimmer Ah, ich glaube nicht Wir müssen schnell aufleveln Ja Auf jeden Fall Ja Muss man gleich gucken, ob ich ein Lagerfeuer bauen kann Aber gestern Abend ist bei uns auch nicht untergegangen, ey Echt? Da hat geregnet, ey Boah Okay Die ganzen Straßen stand unter Wasser hier Ach krass Bei uns hat es 5 Sekunden geregnet oder sowas Das war echt ein Witz Wir haben echt gehofft Hoffentlich regnet es heute ein bisschen Ne, gar nichts Ja Und, und, ähm Wir haben das als früher, als dass es auch noch zu spülen wurde Ey, boah Das hat sich ja wieder in den Test, ne? Das ist eklig So Oh, ich habe schon 95 Kilo erreicht Oha Aber ich kann ja Steinhaufen machen Ab Ich habe nur 74 Das fehlt noch Achso, jetzt habe ich Achso, wenn du das Oxygen in den Hell machst Zählt es nicht als Gewicht, okay Ah, das ist immer gut zu wissen Das ist nicht schlecht So, alles weg ernten Ja Storm ist in Kamele Achso, ich dachte, es wäre schon da Ja Naja, zieht schon wieder vorbei Wird schon wieder schönes Wetter Ah Gar nicht So, er will die erste abhauen Was hast du eigentlich gemeint mit Ab 20. kannst du wahrscheinlich auch unter der Woche mal streamen? Ja, da habe ich wieder ein bisschen mehr Ruhe Achso, dann abends oder was? Dann abends mal oder was oder tagsüber? Ja, abends dann Ja, abends am Tage Also vormittags kann ich halt nur am Wochenende, bisschen immer Ja, ja, klar Und ja, so nachmittags, abends Oh, äh, ich bin überlastet Ja Aber du kannst ja Holzhaufen machen, oder? Nee, habe ich nicht gelernt Achso Ah Äh, Ostechen, Ostechen Das ist natürlich doof Ja, gering viel Nee, war gestern echt den ganzen Tag an dem scheiß Overlays dran, ne? Das hat echt den ganzen Tag gedauert, ey, Wahnsinn Achso, deswegen warst du die ganze Zeit online? Ja, ne, ich hätte gestern, gestern wieder Überstunden abbauen Und dann Alter Alter Die Frau hat länger gearbeitet, dann habe ich die Zeit genutzt Alter Kann ich eigentlich überstunden abfeiern Ja, natürlich Da habe ich keine Zeit für Wir haben so die Bude voll mit Austrägen momentan Na, alles so kurzfristig So innerhalb von einer Woche muss alles erledigt sein Echt? Ja Ja Na, bei uns ist noch Ja, Sommerloch ist nimmer, aber So langsam Wird's Wird's wieder mehr, aber es geht noch Sag mal, sind jetzt alle meine Schisten kaputt gegangen, ne? Ja Ich brauche sie einfach mal ein bisschen hin, damit ich ein bisschen leichter werde Die Sonne scheint Achso, um lässt mich haben Die Sonne scheint mir auf den Da braucht man ein paar Steine Weil Ich muss den Lagerfeuer bauen So Dann machen wir das Dann machen wir das Dann machen wir das Talent Zweifel War Explore Base Mach das Lagerfeuer mal hier vorne, ne? Erstmal Base Dann packen wir ein bisschen Holz rein Crafting Ähm Wieso sauerst du da so lange ein bisschen aufschufen?